Bachelorsam leidet unter Schwangerschaft Es tut so weh, Bachelorsam leidet unter Schwangerschaft Ob Sarah Harrison, 26, Melanie Müller, 29, oder Bernadette Kaspar derzeit erleben gleich mehrere Ex-Bachelors-Mutterfreuden Auch Samantha Abdul, 28, steht kurz vor der Entbindung ihres ersten Babys und leidet total, die Schwangerschaft verursacht bei ihr fiese Schmerzen Wie die Blondine jetzt in ihrer Instagram-Story berichtet, seien die letzten Wochen mit Babi Kugel nicht ganz so rosig für sie verlaufen Seit heute Morgen habe ich irgendwas mit dem Magen Ich muss mich bei jedem Schluck Wasser übergeben, es bleibt einfach nichts drin, klagt Sam ihr Leid Sie habe schon seit Tagen schmerzhafter Probleme, weil ihr ungeborener Sohn derzeit noch quer liegt, es wird wahrscheinlich zu einem Kaiserschnitt kommen Es tut so weh, man bekommt keine Luft und die Rippenschmerzen so sehr Für Estas Mama werden schon von Beginn an kein Zuckerschlecken gewesen Als ich von den anderen Umständen erfahren hatte, habe die 28-Jährige glatt die Nerven verloren Ich fing bestialisch an zu heulen und dachte, mein Leben wäre vorbei, verriet sie im Sommer utilized mal ein Bro Bo Bro 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 Bro